Darin unterscheidet sich unser Basic Rucksack von unserem Rolltop. Das offensichtlichste zuerst, der Basic hat keine erweiterbare Rolle, dafür gibt es oben einen Reißverschluss. Beide haben ein Laptopfach. In den Basic passen Laptops bis zu 16 Zoll rein und in den Rolltop Laptops bis zu 15 Zoll. Der Basic hat vorne noch ein großes Reißverschlussfach, der Rolltop hingegen hat an der Seite ein etwas kleineres. Beide haben ein Flaschenfach, sind regenfest und extrem robust. Mit den 19 Litern beim Basic und den 21 Litern Volumen beim Rolltop sind die Rucksäcke super alltagstauglich.